Das ist der Song für Südafrika und für unsere Fußballer. Oh bitte, bitte Trainer, nimm uns mit, wir sind echt der totale Hit. Wir kommen aus der Kreisliga, da sind wir alle zu verstarb. Wir spielen stets mit Hirn und Herz und wir kennen keinen Schmerz. Wir lieben das durchdachte Spiel, der Gegner läuft meist viel zu viel. Deshalb, darum müssen wir nicht viel rennen und können uns noch einen rinnen. Egal ob Flanke oder Torschuss, klar ist, dass der Ball ins Tor muss. Baller, baller, ball, ball, mit Ball, ohne Ball, ganz egal, klarer Fall, wieder mal Fußball. Tor! Baller, baller, ball, ball, mit Ball, ohne Ball, ganz egal, klarer Fall. Baller, 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 ball, ball, klarer Fall, wieder mal Fußball. Tor! Und noch einmal, baller, baller, ball, ball, mit Ball, ohne Ball, ganz egal, klarer Fall, wieder mal Fußball. Tor! Liebe Zuhörer, die Situation spitzt sich zu Uhr, es wird richtig eng hier. Abstoß aus der Tiefe des Raumes, kommt der Ball auf, halb links, rechts, Flanke in der Strafe, am Rückpass auf den Epilabang. Ja, nein, ja, nein, Ball, Richtung Liegeheck vorne, erneute Flanke, Kopfball. Oh, Pfosten, Pfosten, abprall in den Schlafraum, direkt von da mit Schuss. Tor! Baller, baller, ball, ball, mit Ball, ohne Ball, ganz egal, klarer Fall, wieder mal. Baller, baller, ball, ball, klarer Fall, wieder mal. Tor! Es ist der Song für Südafrika und für unsere Fußballer. Bitte, bitte Trainer, nimm uns mit, wir sind echt der totale Hit. Dann siegen wir in Südafrika, im Vorrunden-Einspiel gegen Ghana. Baller, baller, ball, baller, 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 baller. Baller, 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 baller Untertitelung des ZDF, 2020